Hey Alena! 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 Hey! Hey! Alena! Hey! Alena! Hey! Alena! Hey! Alena! Hey! Alena! Hey! Alena! Was denn? Alter, ich weck doch meine Mutter auf! Hey Alena! Weil ich störe die ganze Nachbarschaft! Hey Alena! 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 Hey! Hey Alena! Hey Alena! Alena! Was ist das? Bitte! Okay, ich mach jetzt nochmal verschwunden. Ja, das ist lustig. Okay, ich glaub, Domi find das gar nicht lustig. Machst du mit dem Messer vor, Domi? Ich komm mir nicht zu nah. Alter, ich war grad in den Selbstmitleid und du warst grad so... Du warst in Selbstmitleid? Du warst in Selbstmitleid? Du warst in Selbstmitleid? Wie?! Hä ? Warum? Weil du SextWhoDest warenst. Wir sind mir nicht so mal für so... Dö. Was hast du gesagt? Wie? Ich hab's den Guck! Ich hab's den Guck! Ich bin so ein... Oh Gott, ich hab's den Guck, ich hab's den Guck! Nie wieder solche Worte. Nie, okay. Versprochen. Versuch's. Das passiert, wenn Marnie ein Troller ist. Wenn Flaki du mich träufst. Hey, Alena. Ich halte dich da so frei. Hey, Alena. 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 Es ist viel besser, als wenn Leute sagen, dass irgendjemand, in dem man sich verliebt hat, sagen würde, dass jemand in die Eier kratzt. Und nie wieder rumgejammert. Ich sag's dir. Hör auf, um so febring zu sein. Das ist kein Grund. Und ein großes Dank an Freddy, der mir gesagt hat, dass ich Maddox kommen soll. Beste Investition er war. Für Alena glaub ich eher weniger. Oder? Oder? Hehehe. Was? Okay, hör jetzt auf. Ja, versprochen. Bis die Tonaufnahme, bis die Tonaufnahme aus ist. Ich muss hier beenden. Ich muss hier beenden.